Heute ist der 16. Dezember. Ah, 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 ah. Hallo, ich bin die Jacqueline von den Kinderschutzengeln. Wir freuen uns, dass ihr in diesem Jahr auch wieder an uns denkt. Wir, das sind die Kinderschutzengel auf vier Pfoten. Sheila, Snow, Spirit, Tiffany und Kujo liegen hier neben mir. Wir hoffen, ihr habt eine wundervolle Vorweihnachtszeit und ein richtig schönes Weihnachten. Ich wünsche euch Gesundheit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr. Eine dicke Umarmung von den Kinderschutzengeln. Heute könnt ihr gewinnen. Ein Ferkelplüschtier.